Yo, Chad, was geht? Oh, ruhig, ruhig! Ich glaube, hier gibt's nur ordentliche Projekte. Das Zwergen-Kompendium taucht ein in die wundersame Welt der Zwerge. Loyale Hofzwerge, türkische Deichzwerge, fleißige Waldzwerge, lustige Uppi-Wuppis, bösartige Nebelzwerge, aufmüpfige Wutzzwerge und mehr. Ja! Straight aus dem Ghetto. Die 16er in meiner Tasche. Alle Gegner sind im Vergleich zu mir eine Flasche. Pass auf, in meiner Gegend klaut man dir dein Portemonnaie aus deiner Tasche. Käsebrot. Das ist ein lecker Brot. Das ist ein lecker Brot. Das ist ein scheiß Brot. Brot. Besser? Boah! Perfekt eingeloggt. Meine Güte, Hubert. Nein, Hubert, nicht mit zwei Bällen. Hubert! Oh, der Looping. Beim Looping tut der Hubert sich manchmal schwer. Boah, aber richtig gut eingeloggt, der Hubert. Er leckt mich doch am Arsch. Aber ich weiß immer mal wieder ein paar Kapitel. Glaubt ihr, ihr könntet, wenn ihr jetzt ins Mittelalter versetzt werdet, mit dem wissenschaftlichen Wissen, das wir so haben als 2004? Auf gar keinen Fall. Welches Wissen haben wir denn? Ich hab gar kein Wissen. Naja, was es so gibt überhaupt. Die im Mittelalter wissen ja nicht mal, dass es irgendwann... Tja, Hexenverbrennung incoming. Wenn ich einfach nur immer sage, doch, doch, das geht. Also irgendwann kommt ein Spiel, das heißt Fortnite. Macht das mal. Glaubt ihr, ihr könntet die in irgendeiner Weise voranbringen. Nee. Auf gar keinen Fall. Das ist meine Zeit. Da blühe ich richtig auf. Ich werde gerade zur Blume. Bin gerade noch zu. So bin ich. Und dann kommt der Herbst. Ich bin... Oh. Alles um mich rum stirbt, aber ich gehe auf. Und dann strahle ich wie eine Blume. Helmut, einmal in die Ecke, ja? Helmut, nicht so weit aus dem Bild. Komm ruhig ein bisschen näher ins Bild. Richtiger Sky-Sky-Golf-Scheiß hier. Oh, Hubert, wie löst der das? Oh, perfekt. Ran vorbei, gewindet. Ja? Nee, der... Boah, Hubert, sehr fein. Loch Ness. Loch Ness. Hals. Giraffe. Hall... Hall... Hals. Wie... Wieso pinkt das hier alles? Was ist das? Ach, das ist ein Arm. Bro, ich habe da irgendeine Seeschlange gesehen. Free the Cat. Was hat sie getan? Free the Cat. Was hat sie getan? Vorsicht! Spoiler für folgendes Buch. Rezension von eurem Lieblings-Booktalker, Mavtap. Hat mir ganz gut gefallen. Die Sexteile hätte man weglassen können, weil es nicht zu Sex gekommen ist, sondern nur zur Annäherung. Genau. Was arbeitest du? Erbe. 18. So ein deutscher Bein-Sex-Cup aufgebaut und, ähm, ja, darüber läuft das halt alles, ne? Vater. Ja? Vater. Ja, Vater. Taschengeld mäßig und halt auch ein bisschen von den Eltern natürlich, ist ja klar. Wenn in deinem Leben... Ja, Taschengeld mäßig, ne? Und halt ein bisschen von den Eltern. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja. Wer billig kauft, kauft zweimal. Es ist so. Diesen Stuhl hier haben wir für, ich weiß es nicht, ein Fuhi geschossen. Wir wussten, das ist das letzte Ranz-Teil. Und was ist? Jetzt habe ich zwei T-Shirts im Warenwert von 20 Euro befleckt mit einem Muster, als wäre mir ein Reifen drüber gefahren. Einfach nur, guckt euch die Kacke an. Und das ist ja nicht mal das einzige Manko. Guckt mal hier. Was ist das für eine Scheiße? Dann ist noch hier oben, wo meine Knie immer sind, guckt euch das an, was mit dem Bezug passiert. Komplett gerissen. Guckt mal, was ist das hier? Ich kann so dieses Ledermuster einfach verschieben. Ich habe das glatt gestriffen. Glaubt ihr an Zwerge-Chat? Irgendjemand im Chat, der an Zwerge glaubt? Also glaubt man dann an die Deich-Zwerge eher? Oder eher an die lustigen Upi-Wuppis? Wie ist das? Deswegen habe ich auch, kann man das zeigen, habe ich hier auch fleckige Socken. Wegen diesem, was hier ist. Junge, dieser Stuhl, der nimmt mir all, der raubt mir all meine Klamotten und all meine Nerven. Naja. Ja, das gibt so Neues bei mir. Was habt ihr so, was habt ihr so zu berichten? Heiße Sohlen. Ja. Made in Germany. Oh. Oh. Wie alt seid ihr eigentlich alle so? Zwölf. Vierzig. Sorry. Chat, wisst ihr, welches Deo ich benutze? Ne, na? Gut. Machen wir mal weiter. Das ist so, du bist so am Vortrinken und hast schon beim Vortrinken so einen Ticken zu tief ins Glas geguckt und ihr seid so kurz davor aufzubrechen und dreht die Musik nochmal richtig auf. In meiner Gegend dealst du nur mit Drogen. Ich mach um dich einen großen Bogen. Yeah. Wenn ich rappe, rappe ich Kommentare. Du hast am Sack noch keine Haare. Mann, der hat mich gebaitet. Wenn ich Minigolf-Professionell Europameister Hubert Bayern in Schweinfurt lese, dann klicke ich auf Minigolf-Professionell Europameister Hubert Bayern in Schweinfurt. Das ist ganz einfach. Krache erwachen. Die können uns nicht sehen. Das ist nicht schlimm. Die können ja nichts auch ändern. Krache erwachen. Krache erwachen. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I've found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. Cool. Haben wir dann jetzt irgendwie so die ersten Live-Shows gespielt. Ist das was? Was wir jetzt so gemacht haben? Was kann man jetzt so erzählen? Ja, und? Bist du schon mal aufgetreten? Ah ja, ja, ja. Ah, echt? Womit? Ja. Ein Podcast. Ah ja, okay. Okay. Haben sich das Leute angeguckt? Ah ja, ja. War ausverkauft. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja.